Was ist ein Prädikat? Das Erdmännchen Manni ist zwar der talentierteste Buddler in der Erdmännchenkolonie, nur leider ist er auch der vergesslichste. Manni sucht verzweifelt seinen Erdmännchenbau. Dieser Satz enthält ein Prädikat. Sucht. Prädikate werden immer durch Verben gebildet. In diesem Fall ist es das Verb sucht, eine gebeugte Form des Verbs suchen. Das Prädikat informiert darüber, was passiert oder was getan wird. Du kannst es mit Was tut jemand oder Was passiert erfragen. Schauen wir uns doch einmal an, wie man das Prädikat im Beispiel von Manni erfragen kann. Was tut Manni? Manni sucht. Ein Prädikat ist übrigens ein Satzglied. Neben dem Prädikat befinden sich noch weitere Satzglieder in diesem Satz. Ein Subjekt, Manni, und ein Objekt, seinen Bau. Satzglieder kann man als Bausteine eines Satzes verstehen. Sie können aus einem Wort oder mehreren Wörtern zusammengesetzt sein, die dann zusammen im Satz verschoben werden können. Wir bleiben aber beim Prädikat, von dem alle anderen Satzglieder abhängen. Hätte ein Satz kein Prädikat, dann würde er zum einen überhaupt keinen Sinn ergeben. Und zum anderen wüsste der arme Manni gar nicht, was er eigentlich tun soll. Jeder Satz braucht also ein Prädikat, damit klar wird, was die Satzaussage ist. Prädikate sind so wichtig, dass sie sogar eine feste Position im Satz haben. In einem Aussagesatz wie hier steht das gebeugte Verb immer an zweiter Satzgliedstelle. Es kann aber auch an erster Stelle stehen, wenn es sich zum Beispiel um eine Frage handelt. Der arme Manni hat Tag und Nacht seinen Bau gesucht. Prädikate können auch mehrteilig sein. In diesem Beispielsatz wird eine Zeitform mit Hilfsverb benutzt. Das Perfekt. Der konjugierte, also gebeugte Teil des Verbs, hier ist es hat, steht wie gewohnt an zweiter Satzgliedstelle. Der zweite Teil des Verbs, hier das Partizip 2, steht an letzter Stelle. Beide Verbteile gehören zum Prädikat. Dasselbe trifft übrigens auch auf trennbare Verben oder Modalverben zu. Vielleicht kann Mannis bester Freund Nils bei der Suche nach dem Erdmännchenbau helfen. Manni und Nils suchen gemeinsam den Erdmännchenbau. Moment mal. Was ist denn hier mit dem Prädikat passiert? Wenn das Subjekt im Plural steht, muss auch die Endung des Prädikats angepasst werden. Subjekt und Prädikat müssen also immer zueinander passen. Leider waren die beiden auch zusammen nicht erfolgreich. Der Bau scheint vom Erdboden verschluckt. Manni und Nils geben die Suche nach dem Bau auf. Schauen wir uns das Prädikat dieses Satzes genauer an. Was tun Manni und Nils? Manni und Nils geben auf. Bei aufgeben handelt es sich um ein trennbares Verb. Das Prädikat ist also wieder mehrteilig. Der konjugierte Teil des Verbs, nämlich geben, steht an zweiter Satzgliedstelle und die Vorsilbe auf an letzter Position. Da Manni und Nils im Plural stehen, ist auch die Personalform des Verbs angepasst. Wenn nur Manni das Subjekt wäre, sähe das Verb so aus. Nils, der schlaue Fuchs, äh, das schlaue Nilpferd, hat eine Idee. Er bietet Manni sein Zuhause an. Puh, Manni darf bei Nils wohnen. Hier hat sich wieder ein mehrteiliges Prädikat versteckt. Da Prädikate aus Verben gebildet werden, müssen wir also die Verben im Satz suchen. Darf und wohnen. Da es sich wieder um einen Aussagesatz handelt, steht das gebeugte Verb an zweiter Stelle und das infinite Verb, also das Verb in seiner Grundform, an letzter Stelle. Auch hier passen das Subjekt und die Personalform des Verbs zusammen. Wohin Mannis Erdmännchenbau verschwunden ist, das weiß niemand. Aber bei Nils Zuhause ist es sowieso viel gemütlicher.